willkommen bei mercedes burbach ja heute ist der neue carrera katalog digital erschienen im vorfeld ist ja schon einiges bekannt geworden an formneuheiten und an neuen modellen aber wir wollen jetzt mal zusammen ein bisschen in den katalog reinschauen wie wir das jedes jahr machen und mal gucken was da so schönes neues gibt ob das ein teures jahr für mich wird oder nicht ich habe eben schon mal kurz reingeguckt also deswegen kann ich schon mal sagen für mich persönlich wird es ein teures jahr ich konzentriere mich natürlich wieder mehr auf 124 weil wir das ja fahren als stadt ist 132 aber wir schauen uns das alles mal in ruhe an ja das cover gefällt mir dieses jahr sehr gut und zwar ist das der ferrari 296 gt3 und den wird es auch als modell geben ich glaube in beiden größen sehr sehr nice schauen wir uns aber an also das bild ist schon mal schön gefällt mir ganz gut dann haben wir wie immer die einzelnen erklärungen zu den bahnen da können wir überspringen größenmaßstäben und so weiter und so fort das wissen wir eh alles schon wir wollen gucken was gibt es neu so wir fangen an mit digital 124 grundpackung full speed da ist der audi r8 bei und der bmw m4 sehr schöne modelle ordentliches layout ja besprechen wir irgendwann mal im detail aber es fällt auf dass die einzigste grundpackung die zumindest im katalog steht aber wir gucken gleich mal auf der homepage da gibt es nämlich zum glück noch ein bisschen mehr ist nicht alles drin so jetzt schauen wir auf die modelle new bekennzeichnete modelle hier alle sind auch new und wir schauen mal drüber so wir haben als erstes den audi r8 lms gt3 evo 2 den kennen wir schon vom modell her gibt es jetzt in der valentini rossi variante dann haben wir wieder einen bmw m4 gt3 in der valentino rossi variante also bei der valentino rossi variante sprechen mich persönlich jetzt nicht so an aber wir haben ein m4 gt3 als safety car ja also mit oberen balken safety car ich liebe ja safety cars letztes jahr hatten wir die corvette als safety car die war allerdings nicht so schön finde ich in schwarz nur ich habe die ja dann noch ein bisschen verändert oder sonst mal am kanal suchen und hinter design ob das jetzt endgültig ist weiß ich nicht mehr gucken gleich mal auf der homepage also hier also so sieht er irgendwie nicht so toll aus aber vielleicht wird er da irgendwie noch anders dann haben wir wieder die corvette ist auch nichts neues und jetzt fängt es schon an jetzt haben wir hier den ferrari 296 gt3 und das ist tatsächlich eine neue form keine farb variante komplett neue form den gab es vorher noch nie und das ist schon ein extrem geiles teil hier ist der der vorne abgebildet worden ist der dubai 24 stunden dubai den wird es halt auch geben definitiver kauf für mich hier der af course weiß ich noch nicht bin ich mir noch nicht so sicher um ehrlich zu sein jetzt schauen wir uns aber mal den noch an und zwar im original weil dann kommt der noch viel schöner also zu 96 gt3 ferrari und hier haben wir mal ein paar echte bilder ja und das ding sieht mal geil aus also hut ab hell mal auf wie man so schön sagt also der ist mal richtig nice es werden sich die gemüter der hitzen oder die geister scheiden wie man auch immer macht weil das ist definitiv ein modern sport car und ich weiß dass viele von euch gar nicht auf diese modern sport cars stehen also auch der neue audi r8 viele fanden netze toll ich finde den halt auch total geil ich finde diese modern sport cars extrem cool und da gehört definitiv auch der ferrari 296 war ja punkt aus ende ja also die also der ist auf alle fälle in kauf für mich der ist auch auf alle fälle in kauf für mich so gucken wir weiter auf die zweite seite dann haben wir noch 911 rsr auch immer ein beliebtes modellen porsche man kann jetzt halt immer noch so schlecht sagen ja sieht nicht so also ist das nicht so meins noch ein r8 wie gesagt der neue evo 2 sieht geil aus hier die lackierung müsste man mal gucken weiß ich auch nicht das ist der nächste kauf ja also red bull design das gefällt mir richtig gut ist auf alle fälle auch in der einkaufsliste noch ein m4 also siehst schon wir konzentrieren uns hier auf m4 und r8 und halt die neue form modell und die corvette da ist der dritte ferrari 296 also haben wir insgesamt drei mal den 296 hat das schon relativ viel für eine neue form aber das ist schön und der ist natürlich auch pflicht für mich ja bmw m1 pro karriere meister racing der würde dann passen zu dem zack speed der dieses oder letztes jahr raus kam ja dann kommt er natürlich bei ist für mich auch ein pflicht kauf dann haben wir wieder ein ferrari 5 75 das ist keine neue form weil den hatten wir schon 2005 und 2008 und 2015 in der limited edition aber den gab es halt lange nicht mehr von daher kann man sagen es ist so eine pseudoneue form ich finde den allerdings vom design her überhaupt nicht schön der gefällt mir überhaupt nicht aber das sind vielleicht welche die mehr auf diese älteren sports cars stehen so dann haben wir noch den porsche 9 17er mit einer neuen farb variante und die haben wir alle noch aus letztem jahr und das war es auch schon für die 124 also übersichtlich aber trotzdem für mich ein paar käufe bei 132 an bin ich mir halt nie so ganz sicher aber ich glaube zb das nesca camaro next gen l ist auch in eine neue form der ferrari 296 den gibt es hier auch in den 132 an da brauchen wir keine angst haben dann gibt es glaube ich noch irgendeinen porsche genau den gt3r den gibt es auch eine neue form und dann haben wir noch lamborghini huracan irgendwas das müsste auch eine neue form sein jeder her gt3 evo 2 genau das müsste auch eine neue form sein hier haben wir den ferrari noch mal und ich glaube aber da könnte man die kommentare stand der bus ist auch neuen ja soweit dazu jetzt wollen wir uns aber mal gucken ob man vielleicht noch ein paar mehr details finden indem wir mal auf der homepage von carrera schauen da haben wir den nämlich also das ist natürlich ein computer camera das bild aber ich finde der sieht man wirklich 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 nice aus so und hier haben wir nämlich noch zwei neue carrera startbahn einmal das mix and race volume 5 und das mix and race luxury edition ja für 1200 euro das ist meine ansage also mix and race wird ja ganz normal sein wie immer viel bahn zwei fahrzeuge die euch selber nehmen können wireless und so weiter immer eigentlich ein gutes ding aber mehr kann man hier leider noch nicht sehen jetzt wollen wir den luxury gucken okay da haben wir vier autos dabei anstatt zwei jetzt wollen wir gerade mal gucken da muss auch noch mehr bei sein weil die breite preis unterschied bei den autos wären bei der carrera ovp 200 euro man sieht aber noch nicht mehr vielleicht ist da auch extrem viel mehr strecke also hier haben wir sieben meter siebzig mal drei meter ok da wird einiges an bahn dabei sein wobei ich denke bei einem aufbau maß von sieben metern der brostet definitiv schon platz ja also ja da muss man mal gucken wie das da so wird ich wollte euch aber noch ein bild zeigen ach so wir wollten uns ja das wollten wir nicht gucken ob wir hier noch ein anderes bild für kriegen ja ich sehe schon das ist irgend so ein frühzeitiges computer animiertes ding gut sieht irgendwie noch nicht so schön aus gut muss mal gucken wenn wir da die ersten bilder irgendwie mal kriegen wie das dann genauso aussieht aber der war auch noch nice also das ist ja auch kein echtes modell dann aber der sieht schon geil aus ja also ich bin ja fan von ganz vielen aufklebern und die acht haben tatsächlich alle so geil gehabt und jetzt mit red bull ja der ist auf alle fälle mir das definitiv so aber jetzt wollen wir noch gucken weil wir wollen noch eins nicht vergessen und zwar ich habe da bis jetzt noch nicht so viel zu gesagt das ist das carrera hybrid ja also für die die nicht wissen carrera und sturmkind das sind die die dieses drift gemacht haben die haben so kooperation gemacht also eigentlich hieß das projekt mal anders und war von sturmkind und hieß modi play dann haben sie sich mit carrera zusammengetan aus verschiedenen gründen ob das jetzt gut oder schlecht war will ich hier gar nicht diskutieren wird sich irgendwann halt auch noch mal zeigen aber zumindest hat carrera ein innovatives unternehmen was mal was neues gemacht hat und sturmkind hat einen finanz starken partner mit einem breiten marktzugang wo man einfach mal so sagen und ich hoffe mal dass das gut wird und interessanterweise finde ich den preis extrem interessant also hier in der vorbestellerei 150 euro für eine strecke mit zwei autos scheinbar zwei porsche das ist halt auch so was lizenzen liegen da bei carrera das macht mich da natürlich ganz ganz gut und dann ist da noch ein zweites set das ist quasi so ähnlich quasi so ähnlich wo habe ich denn jetzt so ähnlich halt mit zwei anderen mit zwei anderen autos kommt aber auch erst ende des jahres wurde halt immer wieder verschoben jetzt genau das mit zweimal porsche 911 schätze ich mal vom grundsatz her ist das so ihr habt eine freie bahn ohne slot ihr steuert mit einer app und es soll halt realistisch sein so wieder bei drift auch war ja also beschleunigung bremsverhalten motoren geräusche und so weiter soll halt realistischer sein wie bei einer normalen slotbahn auch da scheiden sich total die geister ich finde ein sehr interessantes projekt ich fand auch trifft eigentlich ganz cool aber ich fand es einfach zu kompliziert beziehungsweise musste man zu viel für mich zu viel zeit reinstecken um nachher vernünftige ergebnisse zu kriegen also das system oder die idee ist ja nicht neu das gab es ja schon häufiger das letzte was ich hatte dessen namen mir jetzt wieder nicht einfühlt funktioniert aber auch nicht so wirklich gut da glaube ich aber wenn das sturmkind mit entwickelt hat dann wird definitiv vernünftig funktionieren und wird spaß haben maßstab 1 zu 50 ist halt sehr klein aber dafür kriegt man das natürlich auch viel besser aufgebaut oder viel schneller mal auf oder abgebaut ja also ich bin da extrem gespannt und der preis von 150 euro für bahn und zwei autos finde ich extrem interessant ja ob das jetzt so pre-dinger sind weiß ich nicht ich persönlich habe damals beim wie heißt er denn nochmal also wo das noch sturmkind war da wird das doch immer so gepatcht über so ein ding und jetzt komme ich doch den namen nicht ist egal auf alle fälle habe ich da schon mal ein paar hundert euro da investiert das heißt ich muss mal gucken ob ich jetzt ein paar bahn kriege ich ja die ich eigentlich gar nicht brauche oder sogar egal auf alle fälle was ich sagen will ich halte euch da auf dem laufenden und ich hoffe ich konnte euch so einen ganz schnellen kurzen überblick über die neue saison geben bis dahin jetzt sieht ihn wohlwacht tschüss